Mit Lasermaschinen ist ein besonders präzises Gravieren und Schneiden auf einer Vielzahl von Materialien möglich. Die Maschinen nutzen einen konzentrierten Laserstrahl, um Material zu entfernen oder zu bearbeiten. In diesem Video wollen wir uns die drei besten Modelle vom Hersteller X-Tool anschauen. X-Tool ist seit Jahren ein Marktführer im Bereich der besten Lasergraviermaschinen und in diesem Video haben wir mal drei herausragende Modelle des Herstellers aus drei unterschiedlichen Preisklassen herausgesucht, sodass auf jeden Fall eine passende Lasergraviermaschine für dich und deine Ansprüche dabei sein sollte. Über die Links in der Videobeschreibung kannst du dich auch nach dem Video gerne noch genauer zu den vorgestellten Modellen informieren und deinen persönlichen Favoriten dann auch sofort bestellen. Starten wir das eigentliche Video direkt mit dem besten Modell der Einsteigerklasse. Vorstellen möchten wir zuerst die X-Tool M1. Die X-Tool M1 ist eine relativ günstige Lasergraviermaschine, welche auch aktuell reduziert ist. Verbaut hat sie einen 10 Watt Diodenlaser und besitzt eine Arbeitsfläche von 29,7 cm x 21,8 cm. Der Lasergravierer vereint eine Gravur mit einem Schneiden und auch Klingenschneiden in einem Gerät. Er ermöglicht es mit verschiedenen Materialien wie Holz, Vinyl, PVC, Leder, Papier, Stoff, Metall, Bügelfolie, Pappe, Filz, Acryl und Keramik zu arbeiten. Ausgestattet ist das Modell auch mit einer 16 Megapixel Kamera sowie einer künstlichen Intelligenz. Diese ermöglichen eine noch leichtere Bedienung und helfen den Arbeitsplatz auch in Echtzeit am Computer zu visualisieren und eine Echtzeitvorschau zu erhalten. Hergestellt ist das Modell für einen sorglosen Gebrauch auch zu Hause. Dafür besitzt das Modell einen eingebauten Ventilator mit Abluftrohr, welcher Rauch und Staub einfach aus dem Gerät bläst und für ein besonders effizientes Belüftungssystem sorgt. Der Blaulichtfilter-Deckel kann blaues Licht filtern, um die Augen zu schützen. Und wie gesagt, ist das Modell auch mit sämtlichen Smart-Funktionen wie der Kamera, künstlichen Intelligenz und auch der Kompatibilität mit einer Computersoftware erhältlich. Diese bietet einem nochmal mehr als 500 Elemente und 30 verschiedene Schriftarten, sodass man die Gravuren hier sehr simpel aussuchen und dann direkt auf dem Material seiner Wahl realisieren kann. Ein herausragendes Modell vor allem für diesen günstigen Preis. Insgesamt ist er perfekt für Bastler und kleine Unternehmen, die eine vielseitige und erschwingliche Maschine für unterschiedliche Materialien benötigen. Alles weitere zum M1 von X-Tool über den ersten Link in der Videobeschreibung. Aus der zweiten Preis- und Leistungsklasse möchten wir nun direkt den X-Tool S1 vorstellen. Das Modell aus der zweiten Preisklasse ist schon mit einem 40 Watt Diodenlaser ausgestattet und arbeitet mit einer Fläche von 49,8 x 31,9 cm. Er besitzt die Laser-Zertifizierung der Klasse 1 und hat eine Komplettlösung für alle Sicherheitsprobleme, die man so mit einer offenen Laser-Graviermaschine hat. Erst einmal ist er nämlich mit einem auch schließbaren und augenfreundlichen Deckel ausgestattet, sodass hier nichts passieren kann. Und zum anderen überzeugt er durch eine herausragende Bearbeitungsgeschwindigkeit und Vierseitigkeit. Der ultraschnelle Laser kann mit bis zu 600 mm die Sekunde arbeiten, was für eine außerordentlich schnelle Lasergravur in alle möglichen Materialien sorgt. Verbaut ist hier der führende 40 Watt Diodenlaser von X-Tool, welcher für eine höhere Leistung und damit verbesserte Schneidfähigkeit und Verarbeitungseffizienz sämtlicher Materialien und Muster sorgt. Und natürlich ist auch hier wieder die einsteigerfreundliche Software von X-Tool dabei, über die man 500 verschiedene Muster, über 30 verschiedene Schriftarten und 1000 verschiedene Projektideen erhält, um seine Kreativität anzufeuern und zu unterstützen. Die Laser-Ergebnisse sind extrem sauber und mit einer Luftunterstützung versehen, welche den Luftstrom intelligent anpasst und wie gesagt für eine noch saubere und einfachere Gravur sämtlicher Materialien sorgt. Durch seine hohe Leistung, starke Präzision bei Gravur und Schrift und der starken Sicherheit ist das Modell perfekt auch für professionelle Anwender geeignet, die höhere Leistungen und Präzisionen benötigen. Der S1 eignet sich damit auch für komplexere Projekte und die Arbeit mit dickeren Materialien. Ideal also auch für fortgeschrittene Bastler und kleine Unternehmen. Über den zweiten Link in der Videobeschreibung kannst auch du dich jetzt noch zum X-Tool S1 Laser-Gravierer informieren und dieses starke Modell von X-Tool bei Interesse dort auch direkt bestellen. Bleib ansonsten aber auch unbedingt noch dran, um als drittes und letztes das beste Premium-Tool von X-Tool kennenzulernen, den hochwertigsten Laser-Gravierer im Vergleich, welcher auch in professionellen Werkstätten und Unternehmen Anwendung finden kann. Es handelt sich um den X-Tool P2, ein Modell mit 55 Watt CO2 Laser und extrem großem Arbeitsbereich. Dieser beträgt 55 x 35 cm und hat damit schon mal den größten Bereich in der Grundfläche, aber mit einer Gravurhöhe von 6,8 cm. Auch die beste Höhe, was noch mehr Möglichkeiten für verschiedene Kreationen bietet. Zwei 16 Megapixel-Kameras im Inneren dieser Laser-Graviermaschine bieten einem einen guten Überblick über den aktuellen Gravurfortschritt in Echtzeit, ermöglichen also eine starke Echtzeitvorschau über die Software und helfen dem Gerät selbst auch dabei, mit künstlicher Intelligenz noch bessere und schnellere Gravurergebnisse zu ermöglichen. Er bietet insgesamt auch den stärksten Laser im Vergleich, das haben wir schon angesprochen. Mit 55 Watt kann dieser auch in Glas, Stein, Gummi und vielen weiteren, auch härteren Oberflächen gravieren. Bei der Software wird die gleiche verwendet, die hier auch die anderen Modelle dabei haben, also die X-Tool Creative Space Software, die wie gesagt unzählige Vorlagen, Inspirationen und Schriftarten bietet. Kompatibel ist sie aber auch mit allen größeren externen Design-Tools. Insgesamt also wie gesagt ein Modell, welches auch ideal für professionelle Werkstätten und Unternehmen ist, die ein präzises Schneiden und Gravieren auf einer Vielzahl von Materialien benötigen. Es eignet sich hervorragend also auch für Dauerarbeiten und damit industrielle Anwendungen und vor allem auch großformatige Projekte. Über den dritten Link in der Videobeschreibung kannst auch du dich jetzt noch genauer zu dieser Laser-Graviermaschine von X-Tool informieren und dieses Modell bei Interesse dort auch direkt bestellen.